Ich würde ja gerne mal einen Dungeon finden, ich würde ja gerne mal eine Monsterfeile mit euch zusammen aufbauen, oder? Ah, es ist doch dunkel, wir gucken welche Kollegen hier gleich auftauchen, ab in die Nacht. Okay. 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 da draußen. Der Held ist ganz allein, bloß ein Schwert, ein Ei, ein Kompass, der ein paar Fackeln begleiten. Welchen düsteren Gesellen wird er begegnen? Es wird die Frage aller Fragen sein. Welche unheilige Existenz uns bedrohen wird, werden wir nur erfahren, wenn wir uns der Bedrohung stellen, alleine dieser gottlosen Umgebung. Zu warten darauf, wer uns denn nur an das Meter möchte. Das ist jetzt die Frage. Ich warte auf Spinnen, die Tiere. Irgendwann darf ich es. Wir fahren erst mal wieder zurück zum Haus. Hm. Soll das jetzt in die Nacht sein, in der kein Monster kam? Stellte ich mir die Frage. Aber ich würde doch so gerne welche sehen. Wir stiegen erst mal wieder in die Uber. Naja gut, wir gucken jetzt einfach noch mal vorne bei der Maus. Und da kommt die Durchschleunigung. Genau so muss das Mutilium. Genau so muss das Mutilium. Ist da jemand? Äh, äh. Eine Hexe. Damn, see the witch. Das ist eine Hexe. Gut, geh doch mal raus hier. Geh doch mal raus hier. Ich hab Angst. Geh doch mal aus diesem komischen Farb noch raus. Hey Junge. Nein, ich will das doch gar nicht. Da ist eine Hexin. Da ist eine Hexin. Weißt du was? Hier verklopp ich jetzt so. Hey du Freak. Scheiß-Tombien. guck doch her, Junge, du Peller worauf wartest denn du? hallo da komm ich halt zu dir, Junge hau ab, Junge du Bastard naja, Zombie du kleiner Pisser ich muss mal gucken hier was hier vielleicht rum Hexen, Zombies und andere Fieser gestalten ich muss mal gucken 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 Ich habe mich ja wieder wunderberechtig vorbereitet auf so eine Art Zoom. Zuerst sollten wir uns ja am, 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 erst mal was essen. Ein beschissenes Skelett. Ach, wisst ihr was, Leute? Wir haben Bohnen hier. Okay, finde ich gut. Ah ja, unsere Form ist doch, okay, gut, wir können uns die noch lau machen. Ich werde die Monster zuerst mal anlassen. Da, genau, und wir machen uns einfach einen Schlafpilz. Hinten in der Andochen Baustelle, die noch kommt und schauen dann erstmal weiter an. So, wie wollte ich jetzt erstmal ein bisschen Essen craften? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.